Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorping Plays Leute, wir reagieren heute mal wieder auf lustige Fortnite und krasse Fortnite Momente Also auf die heftigsten Spieler und heftigsten Plays und Situationen überhaupt Ich schaue mir ein Video an vom Kanal BCC Trolling Wenn das Ganze nochmal zu sehen ist, hier, da ist das Video, ne, damit ich auch Props gebe Das ist das Video, was ich mir jetzt anschauen werde, Leute Ich habe auf jeden Fall unnormal Bock, mir das jetzt reinzuziehen mit euch zusammen Letztes Video ging voll gut ab, habt ihr gefeiert meine Reaktion Und ich bin richtig gespannt, was wir heute haben, wir spüren mal ein bisschen zurück hier 11 Sekunden bevor ich die 10 9, 8, 7, 6, die Leute haben 5 Sekunden, ihr habt mich verabschiedet, ich liebe dich Es war zu late, du warst zu langsam Was? Oh, ich bin richtig, ich bin richtig Ich bin richtig, ich bin richtig Nein Er hat ihn einfach sterben lassen Bester Mann, okay, let's go, weiter geht's Oh, Baby, 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 ich brauche Hilfe Übrigens, ganz kurz, ich habe mir extra jetzt eine neuere Version des Videos Letztes Video war aus dem Oktober gesucht, damit wir jetzt auch aktuelle Tränke haben Aktuelle, ähm, ja, Inhalte sozusagen Da habe ich mir gedacht, das macht dann einfach am meisten Sinn Let's go I'm done, what the fuck I'm done, what the fuck I'm done, what the fuck Was ist das denn Tschusch, I'm done, I'm done, I'm done Ha, er wird auch noch geholt Hey, what, was war das für ein Glitch Voll ekelhaft, man Schwarzer Ritter ist da Oh, oh Er ist absolut reingesprungen, der Typ Oh, oh Hello What the fuck Heftig, Alter Ah, er schießt ihn mit der Rakete rüber, das habe ich schon mal gesehen Oh mein Gott, Digga Das muss ich auch mal ausprobieren Ich werde es niemand schaffen Ja Okay, Sniper Action Gucken wir mal, was passiert Okay Nein Er hat es überlebt wegen dem Depp Ich kann nicht mehr Er wird abgeschossen, Rakete Und Epic Win Hat er nicht gemacht, Digga Das muss ich nochmal gucken Hat er nicht gemacht Guckt euch das mal an Ich meine, hab ich gesagt Okay, weiter geht Digga Oh mein Gott 1080 in your face Okay, weiter geht Erst paar Marschen Erst paar Marschen Fortnite Boah, sind die Schritte schon laut What? Nein, als ob er jetzt nur selber stirbt Wie geht das? Okay Das war noch nicht das Besondere Da kommt noch was So Er chillt hier seine Base Es sind noch neun andere am Leben Okay Auf der Xbox One sogar Krass Nein Nein, 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 nein Nein, 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 nein What the hell 313 Meter Unglaublich Hit kassiert Revolver mit Easy One Shot, oder? Ja, natürlich Mr. Need 11 Der Arme, Digga Und man weiß genau Wo er sich hingesetzt hat Hat er so geschrien Oh mein Gott, Leute Oh mein Gott, Jungs Man weiß ganz genau einfach Oh, I'm down I'm down He's weak, he's weak, he's weak Nein Oh, I've got him Wait He's in there Go Put the floor down Was aber jetzt ne Falle ihm gibt Die Falle ist einfach nicht losgegangen Aber das ist ein geiles System mit den Fallen, Digga Ah, dann haben wir wieder Ninja, den Kollegen Der beste Spieler Ich habe jetzt viel über ihn gehört Viel Videos auch angeschaut Zu krass Hey, lol Drink the jug Drink the jug, Jeremy Was macht er mit ihm? Take it Stop looking up and take the jug, man Don't worry about where it came from It's not poison, I swear Das ist sein letzter Gegner Er hat ihn getrollt Krass, jetzt habe ich es gecheckt Here we go, here we go Wait, are you ready? Ready? There you go Oh mein Gott Heavy I got it Ich glaube, es können in dem Spiel so geile Sachen passieren, ist unglaublich Abonniert mich auf jeden Fall kostenlos, dann werde ich euch viele davon zeigen Aber natürlich nur in Reaction Videos, ja Deutsche Oh mein Gott Oh mein Gott, er hat alles geraped, Digga Props an den gehen auf jeden Fall raus, an der Stelle, heftig Was ist ihm passiert, Alter? Wie geht das? Er hat es so kassiert, Digga Ja Oh mein Gott, die haben einfach die Base abgebaut Oh mein Gott, Digga Wie cool sind die auch geblieben Oh mein Gott, der Loot Leckerer Loot LL Gucken wir mal Na Juckt ihn persönlich gar nicht Auch ein Xbox One Clip im Übrigen war das gerade Und das auch, okay Okay, was passiert jetzt? Okay, der Depp Natürlich Muss sein Nein Das könnte so ich sein Das bin so original ich Ich schwöre es euch, das bin ich Gucken wir mal Natürlich Wie chillig er bleibt Oh, er könnte mir ein Revolver So juckt ihn gar nicht persönlich Oh, knock the bitch Leute, ist der selbe Typ Alles klar Oh mein Gott, I'm clipping that Digga, what Das hatte ich neulich auch Okay, das hatte ich neulich nicht Bei mir war eine ganze Halle ja weg in einem Video, habt ihr vielleicht gesehen Oh, das ist ja zu krass Hier, was ist das? Nein, der Arme, der Arme, der Arme Er checkt gar nichts Ohne Scheiß, Leute, ne Ich hätte sofort Alleine, weil ich zu killgeil wäre Ich hätte sofort geschossen Digga, wie hoch ist der Typ? Oh Gott, er macht Alter Nein, der Arme Er ist so ein Architekt Nein, jetzt habe ich jetzt kassiert Was wäre so geil, wenn er noch kassieren würde Bitte kassieren noch Hätte er jetzt den Snipe kassiert Ich wäre wirklich gestorben, Leute Ich wäre gestorben Okay, er sieht den Bass da hinten, die die anderen bauen Nein, niemals Nicht mal Fallschaden, gar nichts Und die Falle natürlich auch überlebt Bester Weg, ein Spiel zu starten, war das auf jeden Fall Oh Gott Und dann kriegt man für den übelsten Headshot Natürlich nur 49 Da träumst du doch nachts von Digga Er trollt ihn so hart Ah, wieder nur ein 95er Digga, wie kann das sein, dass sie es nicht hinkriegen, ihn da rauszuholen Oh, besser nach, Ladebug Bekannt aus COD What the fuck Ja, thanks for watching If you enjoyed, leave a like Das können wir hier eigentlich jetzt direkt so stehen lassen, Leute Ich würde sagen, mich würde es freuen, wenn ihr dem Video ein Like da lassen würdet Wenn ihr noch so eine Folge sehen wollt Da gibt es auf jeden Fall massenhaft, was ich machen kann Was ich hochladen kann, Leute Würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr ein Like da lasst Was in die Kommentare vielleicht schreibt Was Positives Und wenn ihr mal wieder eine Runde von mir vor allem sehen wollt Dem wohl besten Fortnite-Spieler Den es jemals gegeben hat auf der Welt, Leute Ich würde sagen Ich spinne es hier noch mit meinem Scarf-Fidget-Spinner ein bisschen rum Haut rein Bis zum nächsten Mal Ciao